80 Seiten, 640 Sticker und in jedem Päckchen sind 5 Päckerle. Diesen Montag veröffentlichte Panini anlässlich der Weltmeisterschaft im Fußball in Brasilien 2014 das neue Stickeralbum. Und auch Voll.at ist dieses Jahr dabei und sammelt fleißig mit. Um auch Ihnen das Sammeln leichter zu machen, haben wir auf Facebook wie auch im Lernlernzeiger eine Sammelbörse eingerichtet, wo jeder doppelte Spieler tauschen kann. Auch Voll.at hat bereits jetzt einige Spieler doppelt. So haben wir bereits in der Gruppe A einen kroatischen Spieler, in der Gruppe C einen Griechen und zwei Japaner, in der Gruppe D einen Spieler aus Uruguay und zwei Italiener und schlussendlich in der Gruppe G einen Deutschen und einen US-Amerikaner übrig.